hey leute weiter geht's mit devilian und wir sind immer noch in der closed beta 1 und questen weiter wo wir aufgehört haben wir sollen hier fünf von diesen palisaren entfernen das werden wir auch direkt mal machen so damit sind sie auch weg und dann müssen wir da hinten in die ecke laufen also das mit dem automatischen laufen das funktioniert ganz gut knapp darunter ist auch vorbei jetzt haben wir einen neuen skill und zwar chain light 80 prozent damage ich weiß nicht ach so hä was gibt er hier für quests nimm die quest gib sie ab nimm sie gib sie ab so kitten blitz gucken wir mal ach auf der 3 ja haha wie geil ja ist ja richtig fett hat zwar eine lange cooldown sein aber das war ja hallo die hallo was sollen wir machen fische fangen jo dreimal fische fangen ist das hier boah das ding hält aber auch super gut an ne so zum nächsten netz remote quest eine wiederholbare quest ja so einfach geht das man muss auch nicht stehen bleiben kann einfach weg rennen wenn man fertig ist mit den skills usen wo will der dass wir hingehen ach da oben ja machen wir doch direkt ja mit questen kriegt man hier auf jeden fall mehr punkte ist ähnlich wie in eos also das hier ist dann so eine abgewandelte art mit krankenskills was sollen wir machen wir sollen den one hitten ah nicht ganz hat nicht ganz geklappt aber war schon madern ja also gibt es doch madbosse und nochmal bessere boots da ist er wieder da ist er wieder ab und an mal ein special ja er gibt aber nicht jedes mal die items da also hat er wohl nur beim ersten mal durch die quest bei battle end lauf weiter kollegisch schnüerschuh schön mit fußspuren im sand mein lieber freund will immer so richtig fetten damage machen will ganz vielen gegner dran deadly strike ja den hatte ich noch nicht und ey oh das gefällt mir wird hier immer besser wird hier immer besser wenn wir wieder da hinten in die ecke laufen mein lieber garland tempura 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 soldier wie manchmal ja manchmal nicht er sieht außerdem aus wie ne römer ey wir hatten doch auch mal so ne roten hüte und weiter geht es runter zur nächsten quest er läuft sogar die scheißstraße guckt euch das an ist das wahr anstatt dass der einfach da runter läuft so hier toter mann auf dem boden ach so ich soll drei tote menschen anfummeln was schaffst du willst du unterbrochen das machen ach komm jung das finde ich wahr was war das was war das was war das denn was der jetzt hier gesagt hat was ich soll ach so okay noch besser fummeldiger in derzeit ziehen wir hier mit slot red chaos ausgehen ach so ab level 10 ja super nice m critical zusätzliche abilities unten drauf oder was ne das sich verbessern aha ja okay bleiben wir mal dabei äh schwer so n dingen oh ja unten neues kleid hello was ist das hier für ein ding quest weg beam ja hier unten waren wir ja schon mal hatten uns alles hier angeguckt ich kann euch die quest hier unten aufgeben ja und bei dem lehrer auch war ja natürlich wieder klar ach so läuft das hier ich will immer rechtsklick drauf machen oh was hat denn hier los ey ich bin jetzt zugeschmissen mit den quests 30 sekunden waff äh das ist ja nicht schwer warum immer drei von wenn er hier oben weg ist er unten wieder da oder was nö aber da hinten da sind drei das müssen welche sein da so quest abgeschlossen ja gehen wir da oben zu der 2 dann da unten hin und checken jetzt da unten die lager ab er lasst immer diesen verdammten weg ey das kann er machen wenn er alleine ist ohne mich dann kann er laufen wohin er will aber so wollen wir am liebsten direkt zum ziel was macht der da oh ach du scheiße ja hat er ordentlich reingehauen ah endlich neue handschuhe auf jeden fall ordentlich kann ich nicht kann ich jetzt tragen immer noch nicht Level 10 ach kurz davor was ist das hier geht auch nicht ich bin Level 10 aber auch richtig gut ach und schon wieder nächste Teil da kommen die Schuhe ich bin mal gespannt wo soll ich denn jetzt ah hier oben jetzt kann er den weg laufen jetzt der weg fast genau dahin also gleich dann kann man eigentlich auch direkt rechts rüber laufen und zwar jetzt zumal man nicht mal einen weg sieht der weg ist auf der map aber so so ist ja keiner da ah jetzt kann man hier den ersten skill benutzen lightning blast den könnte ich jetzt killen oder beim shooting oder beim blasting ähm use 0 haben 1 0 punkte battle ranking eh ich nix wissen meteor strike 500% 270 phoenix blaze kann man sich die dinge angucken mal so ganz nebenbei Concentration style das ist lightning blast und meteor strike ähm fire irgendwas great das hier und das ist ice strike shooting lightning reflect äh das war flame swing das heißt flame swing und lightning bolt und ice hamp da die sind natürlich auch sehr derb aber die macht nicht viel damage flame burst so bam was war das nein keine ahnung das ist gravity tief fällt das war das ist fire spear das ist äh das war phoenix blaze das ist fulling star vollen sterne cooldown 35 cooldown 35 3,5 sekunden cast instant cast elementar schild 30 prozent max hp leicht tanky gravity shit ja da muss man sich ein bisschen durchwurschteln ich sag aber jetzt mal haut rein leute das war's auch wieder bis zum nächsten mal tschau